Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. So, heute geht es um Parameter. Parameter ist wieder so ein Wort, das hört sich mega kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man erstmal daran gewöhnt ist. So, jetzt kann es ja sein, dass ich vielleicht nicht immer nur hier mein A berechnen möchte mit vorgegebenen Werten, also in dem Fall jetzt gerade 6 plus 5. Das ist ein bisschen unvorteilhaft, wenn man da immer 6 plus 5 für jede Zahl eine extra Funktion hat. Vielleicht hat man ja mal große Werte oder man weiß nicht, was für Werte man hat. Deswegen gibt man diese Werte hier in diesen Klammern an. Und das ist dann auch das, was printf hier gemacht hat, aber dazu später mehr. Wir können hier einfach sagen int und dann können wir hier den Namen von einer Variable angeben, zum Beispiel x. Und dann sagen wir, die zweite Variable ist y und die dritte Variable ist jetzt halt mal ein float, nennt sich z und so weiter und so fort. Ihr könnt hier so viele angeben, wie ihr wollt. Ganz, ganz viele. Okay, aber wenn ihr die letzte angegeben habt, dann lasst ihr das Komma weg, denn sonst gibt es hier ein Problem. Okay, was wir jetzt machen, wir lassen einfach den float hier auch mal weg. Also die Typen könnt ihr hier wieder machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt hier reinpacken, keine Ahnung, was für Typen ihr wollt. Und normalerweise macht man das mit ints und floats und so weiter, aber das ist natürlich euch überlassen, was ihr natürlich braucht. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal int a gleich x plus y. Jetzt wissen wir aber nicht, was x und y ist, sondern wir bekommen die auch nur geliefert. Ziemlich coole Sache, oder? Wir addieren also zwei Zahlen und geben diesen Wert hier dann zurück. Das ist immer noch eine ziemlich coole Berechnung. Aber Vorsicht, jetzt müssen wir hier in diese Hardcore-Berechnung irgendwelche Zahlen mit reingeben. Und dieses mit reingeben ist genau das, also in die Klammern reinschreiben, ist genau das, was wir bei printf gemacht haben. Wir haben hier auch irgendwas reingeschrieben. Nur schreiben wir jetzt hier halt nicht das, was wir hier gemacht haben, nämlich ein sogenannter String, also eine Zeichenkette rein, sondern wir schreiben hier zwei Zahlen rein, zwei ganze Zahlen, Achtung, keine Kommazahlen, weil hier sind ja Integer verlangt und keine Floats. Also sagen wir hier zum Beispiel mal 42 und 1337. Okay, so, und was jetzt passiert ist folgendes. Wir nehmen diese 42, also bei diesem Aufruf hier, rufen wir diese Funktion hier auf. Und jetzt steht hier int a gleich x plus y. So, und unser Programm denkt sich jetzt, okay, x bekomme ich als Parameter. Naja, aber als welcher Parameter? Ich habe ja hier zwei Integer. Der erste Parameter ist x, also ist die 42 nachher unser x hier drin und das y ist die 1337 in diesem Aufruf jetzt. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, dann ist mein x diese 42 und das y ist 1337. Und ich kann das ja mal laufen lassen und wir bekommen hier einfach das Ergebnis von der Addition von den beiden Dingern hier zurück. So, jetzt kann ich den natürlich vertauschen, das interessiert mich bei Plusrechnen nicht wirklich, aber ich kann natürlich auch noch andere Sachen damit machen. Zum Beispiel kann ich hier auch einfach direkt x zurückgeben, scheißegal, was ich vorher berechnet habe. Also sagen wir einfach mal return x und, ups, erstmal kompilieren, dann laufen lassen und wir sehen, dass wir hier als x 42 rausgekriegt haben. Das heißt, die Reihenfolge, wie er die hier angebt, ist wichtig. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass ich hier die Zahl nicht immer direkt reinsteckt, sondern vielleicht auch mal hier Variablen reinsteckt. Zum Beispiel steckt ihr hier ein a und ein b rein. Achtung, dieses a, was ich hier reingesteckt habe, hat überhaupt gar nichts nachher mit diesem a hier zu tun. Dieses a, was hier steht, ist nachher mein x. Da wird einfach der Wert hier in x reingeschrieben und das, was b ist, wird der Wert nachher in y reingeschrieben. Und dieses a, das denkt sich einfach, ja, ich bin das einzige a hier, ist ja völlig in Ordnung, alles gut. So, das einzige, was wir jetzt hier noch brauchen, sind natürlich int a und int b. int a gleich, keine Ahnung, 42 wieder mal und int b gleich 1337. So, und jetzt haben wir im Prinzip genau denselben Aufruf wie vorher. Das heißt, was hier jetzt steht, ist folgendes. Achtung, ich gehe jetzt nochmal kurz alles durch, damit wir das sehen. Okay, die Funktion wird aufgerufen hier mit den beiden Parametern a und b. Okay, a ist 42, b ist 1337. Okay, springen wir hier also runter. Okay, hier haben wir ein int x, naja, das war mein a, das war 42. Und wir haben hier ein y, das war b und das war 1337. Okay, also int a gleich x plus y, also 42 plus 1337. Das wird addiert und in a reingesteckt und das wird dann noch nicht zurückgegeben, noch wird x zurückgegeben. Jetzt wird a zurückgegeben, sprich das Ergebnis dieser Berechnung. Das Ergebnis von dieser Berechnung packt sich dann in int Ergebnis und wird dann ausgegeben hier. Sieht mordskompliziert aus, einfach dafür, dass wir zwei Zahlen multiplizieren, aber es könnte ja sein, dass wir hier kompliziertere Sachen machen. Ein kleines Beispiel, wir könnten jetzt hier unser Maximum berechnen, also nicht unsere Hardcore-Rechnung einfach in Addition durchführen lassen, sondern ein Maximum berechnen. Das geht jetzt folgendermaßen, wir kennen ja die beiden Zahlen x und y nicht, es könnte ja alles mögliche hier zurückkommen. Wir sagen jetzt hier, if x größer y, dann geben wir, Entschuldigung, dann geben wir das Größere zurück. Wir wollen jetzt Maximum berechnen und wenn wir x größer y haben, dann geben wir logischerweise x zurück. Und ansonsten geben wir y zurück. So, und jetzt habt ihr eine Maximum berechnung, ohne dass ihr irgendwie vorher wisst, was die beiden Werte sind. Achtung, wenn die beiden Werte gleich groß sind, dann gebt ihr jetzt hier in dem Fall y zurück. Ist aber auch egal, wenn x gleich y ist, könnt ihr auch x zurückgeben, ist ja gleich groß. Okay, ja, das ist eigentlich alles, was wir wollen und wenn wir das Ganze jetzt mal ausführen hier, sehen wir, dass unsere Maximum berechnung auch funktioniert, denn wir geben jetzt 1337 zurück. Okay, ja, das war es eigentlich auch in dem Fall schon. Ihr könnt natürlich hier auch dieses Return, also man mag das teilweise nicht unbedingt, dass man hier schon direkt Return schreibt. Das ist teilweise wird als schlechter Stil bezeichnet. Ich finde es in Ordnung, zumindest in so einem Fall. Ihr könnt natürlich hier auch ein IntRed schreiben, der Null ist oder sowas oder einfach nur IntRed. und dann sagt ihr hier Red gleich x und im Fall hier unten sagt ihr Red gleich y und dann schreibt ihr hier Return Red rein. So, könnt ihr euch natürlich aussuchen, ist im Prinzip genau gleichwertig. Wenn ich das jetzt ausführe, wird auch 1337 zurückgeschrieben. Ich habe halt zwei Zeilen Code mehr. Aber, ja, manche mögen es, wenn es Return als unterstes Statement steht und alles andere komplett aufgeräumt ist. Alles klar, damit ich euch nicht irgendwie was Hässliches beibringe oder sowas. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.